Jesus Während Jesus durch das Land reiste und den Menschen von Gottes Reich erzählte, wurde er von vielen Menschen begleitet. Dazu gehörten auch seine Jünger. Bei einem Abendessen sagte Jesus zu seinen Jüngern, Ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Petrus fragte ihn, Herr, wohin gehst du? Kann ich mit dir mitgehen? Jetzt kannst du nicht mitkommen, aber später wirst du mir folgen. Ich werde aber meinen Vater bitten, dass er euch einen Helfer gibt. Der Heilige Geist wird euch alles erklären und euch daran erinnern, was ich gesagt habe. Am selben Abend wurde Jesus verhaftet, gekreuzigt und ist dann wieder auferstanden. Einmal gingen Jesus und seine Jünger auf den Ölberg. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und es meine Zeugen auftreten. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllt ihn eine Wolke vor ihren Augen. Auf einmal sind zwei Männer da. Was steht hier noch herum? Jesus ist im Himmel und wird genau so wiederkommen. Danach kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück. Was steht hier noch? Untertitelung des ZDF, 2020